Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag vom Sturme verwüstet. Die Energie des Windes zwischen Zerstörung und Nutzung. Von Professor Udo Peil. Gehalten am 22. November 2011 in der Urania in Berlin. Guten Abend meine Damen und Herren. Vielen Dank Frau Rathalke für die nette Einführung. Vom Winde verweht, vom Sturme verwüstet. Es geht hier nicht etwa um Beziehungsdramen, wie man vielleicht bei der Ergänzung vom Winde verweht, diese wunderbare Liebesschmonzette, vermuten könnte. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Aus dem Grunde habe ich mir erlaubt, den Vortrag noch etwas umzunennen. Ich habe ihn nämlich genannt. Wo ist er denn? Können Sie mal durchschalten? Mein Titelbild ist noch nicht drauf. Hallo? Aha, da tut sich was. Ja, ich habe es mal genannt. Sturm und Wind, Fluch und Segen. Ja, an den Fluch des Sturmes können sich Berliner gut erinnern. Im Jahre 2002 gab es im Sommer hier einen starken Gewittersturm, der also durch das ganze Fernsehen ging. Die Sonnenschirme flogen den Kudamm rauf und wieder runter. Das weiß ich nicht, weil der Wind kommt ja meistens aus einer Richtung, also sie flogen nur rauf. Mit starkem Regen. Einige Kinder sind auf einer Wannseeinsel, damals von umstürzenden Bäumen, erschlagen worden. Also es ist uns allen noch in guter Erinnerung. Ja, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Sturmschäden, ja auch noch eine kleine Impression aus dieser Zeit. Hier habe ich ein anderes Bild Ihnen zu zeigen. Das ist die berühmte Tay-Brücke. Die Tay-Brücke, die über den Firth of Tay, nördlich von Edinburgh, das ist ja zunächst kommt der Firth of Forth nördlich Edinburgh und dann etwa 50 Kilometer weiter, kommt ein weiter großer Meerarm. Dort ragt nach Schottland hinein eben der Firth of Tay. Und die Brücke, die Sie hier auf dem Bild sehen, ist am letzten Sonntag des Jahres 1789, meine ich. Also ich soll das vielleicht zunächst anschalten, bevor ich drauf drücke. Dieser Teil ist fast auf einer Länge von einem Kilometer eingestürzt, gerade als ein Zug diese Stelle passierte. 79 Menschen fanden damals den Tod. Es ist auch verarbeitet worden, literarisch, unter anderem in einer Ballade von Theodor Fontane. Also in Annehnung an Macbeth. Ich muss es jetzt ausländisch zitieren. Wann kommen wir drei wieder zusammen? Um die siebte Stunde, am Mitteldamm, am Brückenpfeiler. Ich lösche die Flammen, ich mit. Oh, jetzt wird es eng. Jetzt vielleicht doch, wo ich noch mal ansehen soll. Naja, mit der berühmten Schlusszeile, Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Hier sehen Sie mal also eine Impression aus dieser Zeit. Diese hohe Brücke ist eingestürzt. Im Wesentlichen wegen völlig unterschätzter Windkräfte, die dort auf die Thai-Brücke wirkte. Ja, auch das sind Bilder, die wir alle kennen. Ganze Wälder, die also, ich würde mal sagen, abgeholzt werden vom Wind. Oder hier fliegende Dächer. Wenn man so etwas sieht und dabei steht, fühlt man sich nicht mehr sehr wohl. Das sind also ganze Dächer von Häusern ab. Und fliegen also als große Teile durch die Gegend. Hier ist eine Wand komplett herausgebrochen. Über die Ursachen werden wir auch noch kurz reden später. Hier hat es einen Behälter völlig zerknüllt durch den Winddruck und Windzug, der auf den Behälter wirkte. Hier hat ein Fotograf in Eindhoven in Holland gerade im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt, als eine Windböe diesen Kirchturm, die Kirchturmspitze abbrach und umwarf. Hier ein ganz interessantes Bild. Eine Latte hat eine Palme in der Mitte durchschlagen. Der Sturm hat eine solche Gewalt, eben durch seine hohen Windgeschwindigkeiten, die er gelegentlich entfalten kann. Bei uns haben wir das Gott sei Dank nicht. Insofern sage ich immer, wir leben ja eigentlich auf einer Insel der Glückseligen in Deutschland. Wir haben keine extrem hohen Windgeschwindigkeiten, wir haben keine Erdbeben, keine großen Überschwemmungen. Wenn wir uns da vergleichen mit anderen Landstrichen auf dieser Erde, dann geht es uns in dieser Beziehung wirklich gut. Gut. Ja, die hohe Windgeschwindigkeit und die Gefahr bei solchen starken Stürmen sind einfach die vom Sturm mittransportierten Teile. Das hier war eine Dachlatte, die eine Palme in der Mitte durchschlagen hat, wie ein Schwert. Durch die hohe Windgeschwindigkeit hat sie eine solche Energie, einen solchen Impact, dass sie glatt diese Palme in der Mitte durchschlagen hat. Ich habe noch andere Bilder. Da sieht man Bäume, die sehen aus wie auf einer Seite wie mit Gras bewachsen. Da hat der Wind das Gras abgerissen. Durch die hohen Windgeschwindigkeiten werden diese Grashalme wie kleine Messer, die sich dann in die Rinde des Baumes hineinrammen, sodass es aussieht, als sei der Baum mit Gras bewachsen. Hier hat es einen Öltank einfach durch die Luft transportiert wie ein Ballon, wie ein Ball, der dann hier aufgeschlagen ist und das nicht so ganz ohne Schaden übernommen hat. Hier ein vergleichsweise kleiner Schaden, eine abgeknickte Verkehrszeichenbrücke. Das verglichen mit den Schäden, die wir vorgesehen haben, ist ja eher ein veruntergeordneter Schaden. Hier auch ein abgerissenes Dach, für die, die dort wohnen, weniger schön, aber vom Schadenspotenzial her gesehen eigentlich noch überschaubar. Hier auch so ein Bild, wie Sie es aus Berlin 2002 erkennen, abgedeckte Dächer, umgerissene Zäune, umgestürzte Bäume und so weiter. Der Wind scheint uns dennoch hier nicht so als die wesentliche Naturkatastrophe vorzukommen. Wir hören viel von großen Erdbeben, großen Überschwemmungen in Bangladesch, große Erdbeben in der Türkei, in Pakistan und so weiter, auch in Amerika. Aber dieser Eindruck trügt. Ich habe hier einmal ein Bild, was von der Münchner Rückversicherung stammt. Die Münchner Rückversicherung, die Munich Re, ist eine Versicherung, die ihrerseits Versicherungen versichert. Denn wenn irgendwo ein großes lokales Schadenereignis auftritt, dann sind die örtlichen Versicherungen nicht mehr in der Lage, diese Schadenereignis aufzufangen. Die versichern sich ihrerseits dann bei den Rückversicherungen. Die Münchner Rück ist eine solche. Von der stammen diese Angaben. Wir sehen hier einmal vergleichte Auswirkungen von Naturkatastrophen. Einmal Sturm ist blau, das rote ist Erdbeben, das gelbe sind Überschwemmungen. Das sind restliche Katastrophen wie Rutschungen, Trockenheit, Dürren und ähnliches. Wir sehen, bei der Anzahl sind die etwa Pari. Wir haben etwa genauso viele starke Sturmereignisse wie starke Erdbebenereignisse und starke Überschwemmungsereignisse. Bei den Todesopfern sieht man, dass Erdbeben und Sturm etwa die gleiche Anzahl von Todesopfern hervorrufen. Hier eben in diesem Beispiel 1,4 Millionen. Das geht also über einen Jahresraum von 10 Jahren, sind diese Statistiken hier dargestellt. Hier sind einmal die volkswirtschaftlichen Schäden dargestellt. Sie erkennen auch hier, dass Sturm, Erdbeben und Überschwemmung in etwa die gleichen volkswirtschaftlichen Schäden hervorrufen. Bei den versicherten Schäden sieht es anders aus. Da hat eben der Sturm ein sehr starkes Übergewicht verglichen mit Erdbeben und Überschwemmung. Das hängt einfach damit zusammen, dass beim Sturm einfach jede herabgefallene Dachziegel bei den Versicherungen einen Kostenvorgang auslöst. Daher kommt dann diese große Summe. Die große Zahl der kleinen Ereignisse führt eben auch zu relativ großen Kosten. Wenn wir uns mit der Auswirkung des Windes beschäftigen wollen, müssen wir uns zunächst einmal mit dem Wind selbst beschäftigen, mit der Natur des Windes. Hier habe ich Ihnen mal zunächst ein Beispiel gezeigt, wie entsteht der Wind überhaupt. Es gibt verschiedene Mechanismen. Wenn wir an die großen Hurricanes denken, die im warmen Süderland entstehen, die gibt es bei uns aber nicht. Deswegen verlasse ich das einmal, gehe ich darauf nicht weiter ein. Die gibt es bei uns nicht. Man braucht dazu einfach sehr warmes Wasser, 26, 27 Grad und dazu sehr große Flächen. Auch die Fläche der gesamten Ostsee würde dazu noch gar nicht ausreichen. Viel zu klein. Also mit solchen Hurricanes wie in Amerika, wo man übrigens Windgeschwindigkeiten von 450 Kilometer pro Stunde gemessen hat. Das ist fast halbe Schallgeschwindigkeit. Das ist ungeheuerlich. Man hat es eigentlich nicht gemessen, weil es die Messgeräte zerlegt hat bei diesem Sturm, sondern man hat es rückgerechnet aus den Schäden, die entstanden sind. Es hat da zum Beispiel zum Teil den Asphalt aus der Straße gerissen, aus der Straße gesaugt. Ungeheuerliche Kraft. Ja, also eine der wesentlichen Entstehungen des Windes sind einfach lokale Zirkulationen zwischen kalten und warmen Gebieten. Hier zum Beispiel, das Land erwärmt sich schneller, die Luft steigt auf. Hier unten entsteht ein Tiefdruckgebiet, oben ein Hochdruckgebiet. Und dann gibt es einen Luftstrom, über dem Meer kühlt es sich ab. Es entsteht unten ein Hochdruckgebiet. Und zwischen Hochdruck- und Tiefdruckgebieten gibt es einen Ausgleich. Die Luft fließt immer vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet. Wenn die Temperaturen sich umdrehen, ist die Zirkulation andersrum. Das sind so die typischen Zyklen. Die gibt es auch in ähnlicher Form. Wenn bei den, sagen wir mal nicht unbedingt, das ist ja ein mehr lokales, ein Meereswind, der entsteht auf diese Art und Weise. Aber auch die großen Sturmereignisse, die wir kennen, funktionieren ähnliche. Es gibt Tiefdruckgebiete, das sind diese großen Galaxien, wie die Galaxis aussehen. Diese großen Wirbel über dem Nordatlantik und den entsprechenden Hochdruckgebieten. Und es gibt immer einen Luftaustausch. Die Luft fließt immer vom Hochdruck zum Tiefdruckgebiet. Das ist ja zunächst eine ganz grobe Erklärung. Damit kann man noch keine Bemessungen, zum Beispiel von Bauwerken, durchführen. Dazu muss man die Struktur des Windes genau erkennen. Wir machen das seit geraumer Zeit, seit mehr als 20 Jahren. Betreiben hier, das kann ich glaube ich mit einem gewissen Stolz sein, die weltweit größte Windmessanlage in Gartow. Das ist im Wendland in der Nähe des sehr viel bekannteren Gorlebens, also etwa 4 Kilometer von Gorleben entfernt. Ein 350 Meter hoher Mast, ca. 350 Meter, wo wir im Abstand von 18 Metern die Windgeschwindigkeiten bis an die Spitze messen. Hier ist es mal dargestellt auf dieser Systemskizze. Sie erkennen hier die Ausleger, dort sitzen die jeweils Animometer. Die sind hier dargestellt. Wir messen die Windrichtungen und wir messen die Temperaturen in verschiedenen Höhen. Gleichzeitig werden auch die Antworten dieses Mastes gemessen. Wir messen also die Beanspruchungen der Eckstiele in Form von Dehnungen. Das sollen diese symbolischen Dehnungsmessstreifen darstellen. Die Dehnungen der Eckstiele werden gemessen. Wir messen die Beschleunigungen, die der Mast macht, wenn er schwingt. Und wir messen die Seilkräfte. Und wir messen darüber hinaus die Verschiebungen auch direkt über eine CCD-Kamera, die uninstalliert ist. Ja, hier nochmal ein Blick von oben. Es macht Spaß, da oben etwas zu arbeiten, weil man einen wunderbaren Blick hat. Hinten sehen Sie die Elbe. Gorleben liegt also etwa da, wo der Flügel hier steht. Ja, das sind hier diese Ausleger, die wir hier noch sehen. Am Ende ist also hier ein Schalenkreuz-Animometer. Die kennen Sie alle. Das ist ein Windrichtungsgeber. Darunter, dieses Gebild, ist ein Ultraschall-Animometer, mit dem man ebenfalls die Windgeschwindigkeit in drei Dimensionen messen kann. Das funktioniert nach dem Doppler-Prinzip, aber darauf will ich im Moment nicht weiter eingehen. Ja, zusätzlich messen wir noch die Drücke. Wir haben den Mast in zwei Bereichen komplett eingekleidet, wie Sie hier sehen. Das sind Fassadentafeln. Auf jeder Seite sind drei Fassadentafeln übereinander. Die mittlere ist auf Kraftmessgeräten gelagert, sodass man die Kräfte, die vom Wind dort abgesetzt werden, auch direkt messen kann. Wir messen also die Windgeschwindigkeiten und wir messen noch die Drücke, die dort zusätzlich entstehen, sodass wir also direkte Aussagen machen können über die Windgeschwindigkeiten und die daraus erzeugten Windkräfte. Ein Prozess, der nicht so ganz einfach sonst zu beschreiben ist. An diesen vier Enden dieser vier Ausleger sehen Sie wieder die Windmessvorrichtung, Schalenkreuz, Animometer und ähnliches. Hier sehen Sie mal ein Bild, das eigentlich sehr schön das grundsätzliche Verhalten des Windes beschreibt, das man sich anschaulich sehr gut vorstellen kann. Der Wind bewegt sich mehr translatorisch zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten, Fließturmhochdruck zum Tiefdruckgebiet. Dieser Wind wird in der Nähe der rauen Erdoberfläche aufgeraut. Er wird dadurch turbulent und böig. Diese Turbulenz entsteht durch die Rauigkeit der Erdoberfläche. Man spricht in dem Zusammenhang auch von einer Grenzschicht. Die relativ glatte, gleichförmige Strömung in großer Höhe wird eben durch die Rauigkeit der Erdoberfläche aufgeraut. Sie wird also dort sehr böig. Das führt dazu, dass der Wind im Grunde Böenkörper transportiert, die Sie hier sehen. Das sind diese ovalen Gebilde. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Wir haben einen translatorischen Wind. In dem translatorischen Wind bewegen sich große Fußbälle. Sie sehen übrigens nicht so sehr wie unser Fußball aus, sondern eher wie ein amerikanischer Football. So ein bisschen ellipsenförmig, wie man es auf dem Bild hier auch sieht. Die bewegen sich mit, taumeln, torkeln dort in der translatorischen Bewegung mit. In dem großen Ball können wieder kleinere sein, die können wieder ganz anders herumdrehen. Diese Bälle durchdringen sich auch. Beim Durchdringen wird Energie vernichtet. Das ist so der wesentliche Prozess. Aber diese Vorstellung mit den großen Bällen, die dort transportiert werden, das ist eine ganz gute Vorstellung. des natürlichen Windes. Hier sehen Sie mal eine Aufnahme des Windes, die wir dort über die Höhe gemacht haben, bis zur Höhe von 350 Metern. Das ist das Windprofil, dieses hellblaue, was hier hin und her zuckt. Man sieht, dass hier sehr stark örtliche Spitzen erscheinen. Das sind die lokalen Windböen, die lokalen Fußbälle, die dort durch die Luft transportiert werden. Die sich ja teilweise addieren. Die Rotationsgeschwindigkeit an einer Stelle addiert sich eben zu der translatorischen Geschwindigkeit, sodass die Geschwindigkeiten dort noch vergrößert werden. Auf der Gegenseite werden sie wieder abgezogen. Ja, man sieht, das gibt eben sehr starke örtliche Spannungsspitzen. Innerhalb von einer Sekunde schießt du eine Spitze hier hindurch. Und man sieht, dass dieses Band des Windes einen gewissen Bereich überstreicht. Bei 315, das haben wir 312, hier oben haben wir die höchste Spitze, 14, bumms, da war sie, zack. 50 Meter pro Sekunde waren das. 50 Meter pro Sekunde sind ungefähr 170 Stundenkilometer. Was das bedeutet, mögen Sie ja messen, wenn Sie mal 170 mit dem Autofahren Ihre Hand aus dem Fenster halten. Da ist also ziemlich große Windkräfte wirken dort. Ja, also das ist zunächst, dieses Bild sollten wir uns merken. Dieser blau überstrichene Hintergrund, der nach unten hin, die Geschwindigkeiten am Boden sind geringer. Dort wird die Luft auch immer stärker abgebremst durch die Rauigkeit, durch Bäume, durch Häuser, durch Büsche und ähnliches. Nach oben hin wächst die Geschwindigkeit, weil dort die bremsenden Elemente immer geringer werden. Ja, das habe ich hier nochmal dargestellt, leider nicht sehr klar zu sehen. Hier ist nochmal dieses blau überstrichene Band, in dem das hellblaue aktuelle Windprofil, die was hin und her zuckt. Wenn wir dort eine mittlere Kurve durchlegen, dann nennen wir das den mittleren Wind. Und wenn wir alle Maximalwerte, die wir gemessen haben, ebenfalls mit einer Kurve einschließen, dann bekommen wir ein Profil der Maximalwerte. Und da das ja die Spitzen der Böen, die Böenspitzen sind, die hier auftreten, wird es auch als Profil der Böenwindgeschwindigkeiten bezeichnet. Die mittleren Windgeschwindigkeiten, die, Sie können sich erinnern, dass die hellblaue Kurve zuckelte hin und her. Und wenn man über einen gewissen Zeitraum misst, dann kann man diese mittlere Kurve bestimmen. Hier ist es mal dargestellt, das sei also die Windgeschwindigkeit, die jetzt in einer bestimmten Höhe z gemessen wurde. Wenn ich den Mittelwert bilde davon, dann liegt er etwa hier, wo ich ihn eingezeichnet habe. Das ist der Mittelwert. Sie sehen, dass wir, wenn wir über 10 Minuten mitteln, dass wir natürlich diese ganzen Spitzen hier oben gar nicht mitbekommen. Das heißt, die Spitzen, die wir dort haben, können also sehr viel höher liegen als die Werte, die wir aus dem mittleren, aus dem 10-Minuten-Mittel des Windes herausbekommen. Um auch die Spitzen zu kommen, müssen wir unsere Fenster, mit denen wir über diesen Windschrieb praktisch hinweg schauen, sehr viel schmaler machen. Hier haben wir ein sehr viel schmaleres Fenster, das nur drei Sekunden breit ist. Und Sie sehen, wenn wir innerhalb dieses schmalen Fensters den Mittelwert bestimmen, nicht irgendwo hier, dann ist der sehr viel höher als der mittlere Wind, als der Mittelwert des 10-Minuten-Windes. Man kann also mit einem solchen schmalen Fenster sehr gut diese hohen Spitzen herausbekommen. Aus diesem Grunde werden, um die hohen Spitzen auch erfassen zu können, werden diese Böen-Windgeschwindigkeiten über drei Sekunden gemittelt, die mittleren Windgeschwindigkeiten über 10 Minuten. Hier nochmal eine anschauliche Vorstellung. Wir haben noch in Erinnerung, dass sowohl der mittlere Wind als auch die Böen-Windgeschwindigkeiten, hier diese gelbe Grenzkurve außen, die Kurve der Maximalgeschwindigkeiten, dass diese Kurven nach unten jeweils abnehmen. Unten werden die Windgeschwindigkeiten geringer, eben durch den bremsenden Einfluss der Rauigkeit der Oberfläche, Wälder, Büsche, Bäume, Häuser und so weiter, die den Wind ausbremsen. Hier ist das mal symbolisch dargestellt für verschiedene Arten der Bebauung. Hier eine Stadt mit Hochhausbebauung. Und Sie sehen, dass hier die ungestörte Grenzgeschwindigkeit hier bei rund 580, 550 Meter erreicht wird. Wenn die Rauigkeit geringer ist, also vielleicht eine kleine Vorstadt oder ähnliches, hier ragen ja die bremsenden Elemente sehr weit in die Luftschicht hinein, dann wird diese ungestörte Grenzgeschwindigkeit wesentlich niedriger erreicht, hier vielleicht bei 450. Und über der offenen See, wo wir nur eine ganz geringe Rauigkeit haben, da steigt es sehr schnell an, da wird diese Geschwindigkeit bereits hier bei 300 Meter erreicht. Ja, das ist übrigens einer der Gründe, weshalb die alten Rasegler, Sie kennen ja alle diese Fotos der alten Windjammer, wenn die segeln, da stehen die Raren, die einzelnen Segel niemals alle parallel zueinander über die Höhe, sondern die sind über die Höhe verdreht. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Fahrtwind, den die Segel spüren, die sind für alle Segel gleich. Der Fahrtwind ist ja nur von der Geschwindigkeit des Schiffes, dass der Wind da sozusagen von vorne auf die Segel bläst. Gleichzeitig wirkt aber der wirkliche Wind ein, die beiden addieren sich und je schneller das Schiff fährt, desto mehr wandert dieser resultierende Windvektor nach vorne. Kennen Sie, wenn Sie Fahrrad fahren, je schneller Sie fahren, desto mehr kommt Ihnen der Wind von vorne. Ja, aus dem Grunde, da hier die Windgeschwindigkeit, der tatsächliche Wind sehr schnell ansteigt, versucht man natürlich mit den Segeln auch sehr hoch rauszukommen, weil man dann bereits sehr hohe Windgeschwindigkeit und damit die hohe Energie des Windes dort ausnutzen kann. Aus dem Grunde ändert sich einfach der Windvektor, der vom Segel getroffen wird oben. Der Windvektor dreht sich etwas weg von der Fahrtrichtung in Richtung auf den tatsächlichen Wind. Und um das Segel optimal anströmen zu lassen, muss das Segel dann oben entsprechend auch angepasst werden. Ja, also, wir sehen aus diesen, auch aus den Messungen, und es ist auch anschaulich klar, dass eine raue Oberfläche eben dazu führt, dass in dem unteren Bereich die Windgeschwindigkeiten stark ausgebremst werden. Bei sehr glatten Oberflächen ist das Ausbremsen nur über einen sehr kleinen Bereich. Das Ausbremsen nur über einen sehr kleinen Bereich auf. Diese Funktionen, die ich hier schwarz eingemalt habe, die lassen sich beschreiben. Das ist ja so eine Exponentialfunktion. Das hier oben, das soll ein Alpha sein. Das Alpha, das sind Exponenten für die Exponentialfunktion, die sind hier oben angegeben. Man kann damit sehr einfach solche Profile beschreiben. Das ist der mittlere, das ist die mittlere Windgeschwindigkeit. Und ich habe hier nochmal symbolisch angedeutet, um die mittlere Windgeschwindigkeit herum, da treten die Böen auf, da wird es mal größer, mal wird es kleiner. Die Böen sind natürlich an einer sehr rauen Oberfläche, auch größer, als an einer sehr glatten Oberfläche. Da sind die Böen oder auch die Turbulenz, ist dort wesentlich kleiner. Ja, wenn wir jetzt Bauwerke bemessen wollen, dann wäre es natürlich schön, wenn wir uns einfach sicher wären, dass die Windkräfte, die Winddrücke, die auf das Bauwerk einwirken, auch tatsächlich so sind, wie sie am realen Bauwerk auftreten. Das können wir nicht immer an einem realen Bauwerk messen, das wäre viel zu aufwendig. Also verlegen wir diese Messung ins Labor, in einen sogenannten Windkanal. In diesem Windkanal wird der Wind so modelliert, wie ich das hier dargestellt habe. Man baut dort solche Windgeschwindigkeitsgradienten ein, dass auch wirklich die Gebäude unten stehen, den Wind genauso spüren, wie sie ihn in Natura spürten. Wir simulieren also im Windkanal nur unsere Modellvorstellungen, die wir vom Wind haben. Wir machen nicht etwa, wir simulieren nicht den echten Wind, sondern wir simulieren dort nur das Modell, das vereinfachte Modell, das wir uns vom Wind machen. Wie sieht so ein Windkanal aus? Das ist der Windkanal, den wir am Institut haben. Sie sehen hier einen großen Ventilator. Dieser Windkanal ist ein saugender Windkanal, er saugt die Luft von hier aus an. Hier hinten ist zunächst so eine Gleichrichterstrecke. Das sind im Grunde so ein Zentimeter dicke Röhrchen, ungefähr 20 Zentimeter lang, die dafür sorgen sollen, dass der Wind auch wirklich in Richtung der Achse einfällt. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde der Wind hier irgendwie schief eingesaugt werden, möglicherweise, weil dort Störkörper in der Nähe sind und man würde einen ganz undefinierten Strömungszustand im Kanal bekommen. Hier vorne sind dann zunächst Grob-Elemente, die erstmal das Windprofil in etwa einstellen und die Feinanstellung wird dann über eine sogenannte Rauhigkeitsstrecke gemacht. Das sind lauter kleine, bei uns sind es Lego-Steinchen, die wir da aufklemmen, ziemlich mühselig, aber das funktioniert sehr gut. Man kann über die Höhe der Lego-Steine dann das Windprofil sehr gut einstellen, sodass wir also ein Windprofil herausbekommen, wie es mal hier symbolisch dargestellt ist, das dann auf eine Modellgruppe einwirkt, die untersucht werden soll. Hier ist der Ventilator, der saugt die Luft hier entsprechend durch. Ja, hier sehen Sie mal so ein Bild von außen. Das ist der Kanal, die sind seitlich mit Scheiben versehen, dass man auch hineinschauen kann. Hier sehen Sie hinten zum einen die Elemente, die zunächst das Profil grob voreinstellen. Sie sehen, die sind unten breiter, sodass weniger Luft hindurch kommt, die Luft wird unstärker abgebremst, was schon dazu führt, dass wir also so ein Profil grob einstellen. Und hier sehen Sie dann diese Rauigkeitsstrecke aus lauter Lego-Steinen, mit denen man dann eine Feineinstellung dieses Profils noch vornehmen kann. Ja, das sind dann Untersuchungen. Hier zum Beispiel sehen Sie Untersuchungen, wie sind eigentlich die Windsituation bei einem Krankenhaus, bei einem Hubschrauber-Landeplatz. Die ganze Umgebung verändert ja sehr stark die Windsituation. Und man muss einfach wissen, liegt der Hubschrauber-Landeplatz möglicherweise in einem kritischen Gebiet. Da muss sich der Pilot auch darauf einstellen können. Man muss das wissen, wie sich die Windsituation hier ändern, verglichen mit der gleichmäßigen Anströmung außerhalb. Das kann man hier sehr einfach untersuchen. Hier eine weitere Untersuchung, das ist der Rheinufertunnel in Düsseldorf. Der Rauch, der hier rauskommt, ist kein wirklicher Rauch. Das wird nur eingesetzt, um die Strömung zu verdeutlichen. Dieser Rauch dient dazu, oder die Untersuchung dient dazu, einfach zu prüfen, die Abgase, die aus dem Rheinufertunnel hier heraustreten, die sollen natürlich möglichst nicht hier in die Häuser hineinziehen. Man wollte einfach damit untersuchen, was passiert mit den Abgasen in Abhängigkeit von der Windrichtung. Dazu kann das ganze Modell auf einer, hier sehen Sie es noch, hier ist eine Scheibe, die kann gedreht werden, dass man damit unterschiedliche Windrichtungen simulieren kann. Das ist hier Stuttgart-Pragsattel, eine weitere Untersuchung. Sie sehen, da geht es auch um Fragen der Stadtdurchlüftung. Sie sehen das hier, auch dort wird wieder Rauch eingeblasen. Man sieht, wo der Rauch gut abzieht, wo der Rauch schlecht abzieht, wo man möglicherweise etwas tun muss, um dort eine bessere Durchlüftung hinzubekommen. Hier etwas Ähnliches. Hier ist ein Schornstein, wenn Sie hier oben wohnen, wenn Sie hier Schlafzimmer haben und abends bei einem Schlafzimmer schlafen, wäre das nicht so gesund. Also auch das dient dazu, solche klimatischen oder Stadtbelüftungsfragen zu untersuchen. Das heißt, mit dem Windkanal kann man nicht nur Bauwerke untersuchen und die Druckverteilung, die dort auftritt, sondern eben auch solche Fragen wie Stadtdurchlüftung und Ähnliches. Komme ich später noch darauf zurück, noch darauf zu sprechen. Ja, aber man macht sie vor allen Dingen auch bei komplexen Bauwerken, wie hier zum Beispiel dem Stadion Hannover. Sehr komplexes Bauwerk. Für solche Bauwerke gibt es auch keine Regeln, wie dort die Windlasten anzusetzen sind. Es gibt zwar Normen, in denen gewisse Grundregeln angegeben sind, aber das sind immer einfache Bauwerke, also das einfache Haus mit Satteldach und ähnlichen Dingen. Komplexe Bauwerke kann man gar nicht so in Normen, das ist viel zu schwierig. Deshalb werden dort Windkanalversuche gemacht. Hier ist also ein Windkanalmodell 1 zu 200. Hier haben wir eine andere Ansicht. Und man kommt dann heraus, man kann dann die Drücke und Söge, die auf das Dach einwirken, einwirken, entsprechend messen. Das ist hier mal dargestellt. Das ist hier die Druckverteilung und hier die Sogverteilung, also einmal die maximalen und einmal die minimalen Drücke. Das sind hier die Söge. Die Söge, doch, ich glaube, das ist der richtige Plural. Klingt mir irgendwie komisch. Ja, solche Naturrisiken wie der Wind, was kann man damit machen? Wir können sie ja nicht einfach abschalten, wie mit einem großen Schalter. Man kann einmal versuchen, sie zu beseitigen. Durch Maßnahmen am Gefahrenherd selbst. Also zum Beispiel, wenn wir ans Brandrisiko denken, indem wir einfach alles brennbare Material aus dem Gebäude herausschaffen. Beim Sturm geht das schlecht. Wir können, da können wir, das können wir so nicht behandeln. Man kann auch Naturrisiken umgehen, indem man seine Absicht oder das Konzept ändert. Also zum Beispiel nicht das macht, was sich ja immer stärker durchsetzt. Dort, wo jeder weiß, der vielleicht länger in einer Gegend lebt, dass es dort früher starke Überschwemmungen gegeben hat. Da wird heute gnadenlos hineingebaut. Und dann beschwert man sich anschließend, dass der Keller überschwemmt ist. Und möchte das gerne von der Allgemeinheit erstattet bekommen. Das funktioniert beim Sturm auch nicht. Es sei denn, wir bauen grundsätzlich, denn Wind und Sturm kann überall auftreten. Wir können ihn nicht umgehen. Man sollte vielleicht dann nicht auf einer Bergspitze bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Bewältigen ist auch eine Möglichkeit. Durch entsprechende Kontrollen, durch Warnsysteme, Early Warning. Das war ja das, was damals in Berlin 2002 gefordert wurde. Es gab ja so gut wie keine Warnung. Die Leute saßen alle gemütlich am Kurfürstendamm, tranken ihren Kaffee oder ihren Eiskaffee. Und auf einmal kamen, ich habe mir das nochmal im Internet unter YouTube angesehen, die Leute auf einmal aufsprachen und die Sonnenschirme dann durch die Straßen flogen. Das war schon wirklich erschrecklich. Also durch Early Warning, durch entsprechendes Warnen kann man natürlich auch Risiken versuchen zu beherrschen. Man kann auch sie schlicht akzeptieren. Man kann einfach sagen, so ist es halt. Das Leben ist halt riskant, endet meistens mit dem Tode. Wir akzeptieren das einfach als unausweichlich oder als ein akzeptierbar kleines Risiko. Das machen zum Beispiel die Leute, die in San Francisco wohnen, im Silicon Valley oder in der Nähe der Andreas-Spalte, wo es ja immer wieder, wie Sie wissen, starke Erdbeben gibt. Die haben halt diese Frage und Risiko ist ja immer eine Abwägung zwischen Gefahren und zwischen möglichem Nutzen. So wie in Wilhelm Tell zum Beispiel, sagt Walter unmittelbar, bevor er seinen Vater fragt, siehst du den Hut dort auf der Stange? Diese berühmte Szene, unmittelbar davor, fragt er seinen Vater, wie es denn so zugeht im Leben außerhalb der Berge. Der Vater erzählt ihm von den Schwierigkeiten, von der Unterdrückung, die es dort herrscht. Und dann sagt Walter, Vater, es wird mir eng im weiten Land. Da gehe ich lieber unter die Lawinen. Das ist eben eine klassische Risikoabschätzung. Er hat ihm abgeschätzt, Gefahr der Lawinen gegen die Freiheit, die er dort hat. Ja, also, Möglichkeit des Akzeptierens des Risikos. Überwältigen ist auch eine Möglichkeit, durch Vorhalten ausreichender Reserven, das heißt sturmsicher bauen, die Vulnerabilität, das heißt die Verletzlichkeit des Bauwerkes zu reduzieren. Um so etwas zu machen, haben wir vor nicht allzu langer Zeit eine neue Windlastnorm entwickelt. Die DIN 1055 Teil 4. Also eine der wesentlichen Änderungen ist die, dass Deutschland in Windzonen eingeteilt wurde. Früher war das nicht so. Früher konnten wir also im Talkessel von Stuttgart mit der gleichen Windlast rechnen, wie auf Sylt, oben auf dem Ellenbogen, direkt an der Nordseeküste. Was jeder von Ihnen bestätigen wird, das kann nicht ganz sein, noch Sylt bläst es kräftig, in Stuttgart dagegen nur sehr viel weniger. Das hat man also hier durch eine neue Windzonenkarte, der sehr intensive Untersuchungen zugrunde liegen, dargestellt im Bereich der Nordsee, Windzone 5 mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten. Dann Windzone 4 ist so der Bereich in der Nähe der Küsten, bis einen gewissen Teil ins Land hinein. Dann kommt die Windzone 3, die sich hier herumzieht, da liegt also hier Oldenburg, Bremen, nicht hier im Bereich der Windzone 3. Und dann die Windzone 2 im Restbereich. In Berlin sind wir also hier im Bereich der Zone 2. Es gibt hier einen kleinen Zipfel im östlichsten Bereich von Sachsen, der ist wieder Windzone 3. Dort sind also statistisch signifikant, treten dort sehr viel höhere Windgeschwindigkeiten auf. Warum das so ist, ist auch den Meteorologen nicht klar. Es ist einfach statistisch so. Und hier stecken sehr viele statistische Aussagen, Untersuchungen dahinter. Dann hier unten Windzone 1, da ist also relativ wenig los. Und wir haben hier unten im Süddeutschland wieder Windzone 2. Die sind überwiegend durch die Föhne hervorgerufen. Also München, also der ganze süddeutsche Raum, ist ja sehr stark föhngeplagt. Also auch sehr starke Winde, das sind ja diese Fallwinde aus den Alpen herunterkommend, die auch hohe Windgeschwindigkeiten erreichen können. Deswegen haben wir auch hier unten wieder eine solche Windzone 2. Also das ist zunächst eine wesentliche Neuerung, die durch die Norm eingeführt wurde. Das war vorher nicht so. Ja, dann ganz wichtig, auch für Sie privat, wenn Sie sich gegen Windschäden schützen wollen, machen Sie Türen und Fenster zu. Macht man natürlich automatisch. Denn wenn Sie Türen oder Fenster oder irgendwo auch eine Katzenschlupftür auflassen, dann kann das unangenehme Wirkung haben. Denn wenn der Wind zunächst auf ein Gebäude bläst, wie hier dargestellt ist, dann wird auf der Wind, der Wind kommt hier von links, auf der windzugewandten Seite entsteht Druck. Auf der windabgewandten Seite entsteht Sog. Und hier auf der Seite, da haben Sie erst Sog und dann Druck. Und hinten wird es dann wieder negativ. Also hinten entsteht Sog. Sehen Sie sehr schön bei LKWs mit Planen, wo Sogbereiche sind. Vorne an der vorderen Kante hebt es seitlich ab. Dann legt sich die Strömung wieder an. Da wird die Planer angedrückt. Also muss dort Druck herrschen. Ja, das ist zunächst einmal das Haus, wenn es vom Wind umströmt wird, stellt sich so etwas ein. Sie sehen auch hier beim Dach gibt es negative Werte, abhebende Werte sind im Sog. So ein Dach hat ja so auch ganz grob mal die Form einer Tragfläche. Es gibt einfach hier eine Umströmung, die dazu führt, dass Sogkräfte auftreten. Und wenn das Dach nicht ausreichend befestigt ist, dann kommen wir zu diesen fliegenden Dächern, die wir vorhin schon gesehen haben, dann reißen die schlichtweg ab. Also immer Dächer gut befestigen mit der Unterkonstruktion. Wenn wir jetzt aber hier vorne eine Öffnung machen in das Gebäude, also da reicht zum Beispiel manchmal schon eine Katzenschlupftür aus, dann wird ja das Gebäude durch den Druck, der vorne ansteht, innen ebenfalls aufgepumpt, wie mit der Luftpumpe. Dann haben wir also auch innen hohen Druck im Gebäude. Der gleiche Druck, der hier vorne vor dem Katzenloch, vor dem Fenster herrscht, herrscht auch im Inneren. Der wirkt dann konstant in allen Richtungen. Und hier vorne hebt sich das dann auf. Da haben wir Druck von außen, Druck von innen. Diese Wand bekommt dann keine Belastung mehr. Aber dummerweise auf der Rückwand, wo wir außen negative, also nach außen wirkende, nach rechts wirkende Kräfte haben, dort addieren sich die Druckkräfte im Inneren dazu, sodass das hier dann zu starken Belastungen für diese Wände führt. Genauso ist es nicht nur so, wenn die Katzenschlupftür auf der windzugewandten Seite, auf der Luf-Seite ist. Genauso das gleiche passiert auch, wenn sie auf der Le-Seite, auf der windabgewandten Seite ist, also dort im negativen Sogbereich. Denn wenn wir hier im Sogbereich eine Öffnung aufmachen, dann wird dieser negative Druck sich auch im Inneren einstellen. Die Luft wird praktisch dort herausgesaugt aus dem Gebäude. Und jetzt haben wir hier auch wieder Sog in beiden Richtungen. Das hebt sich hier auf. Diese Wand ist nicht beansprucht, aber hier haben wir denselben Effekt wie vorher. Wir haben von außen die Druckkräfte und hier in gleicher Richtung wirkende Sogkräfte, sodass diese Wand hier sehr stark beansprucht wird. Und wenn sie dafür nicht dimensioniert ist, kann sie einstürzen, wie auf diesem Bild, das wir schon gesehen haben, dargestellt. Das war auch so eine Art Scheune, wo das Tor nicht ganz geschlossen war. Da hat es also die gesamte Wand hier herausgebrochen. Also bei Wind, Türen und Fenster schließen, meine Damen und Herren. Das haben Sie sowieso schon gemacht. Hohe Sogkräfte an Kanten, auch ein weiterer Effekt. Hier mal dargestellt an diesem Schaden dieses Treppenhauses, wo hier die ganze Fassade, die Glasscheiben herausgesaugt werden. Oder hier unten bei einer Gefängnismauer, wie unangenehm. Da hat es diese Gefängnismauer hier auseinandergerissen. Man hat sie hier noch abgestützt. Das war auch ein Sogschaden durch einen sehr starken Wind. Hier oben sehen Sie mal ein Haus, das durch einen Tornado geradezu entwürdigt würde, würde ich sagen. Das sieht ja wirklich entwürdigt aus, das Haus. Das war ein Tornadoschaden. Und bei einem Tornado sind gar nicht so sehr die hohen Windgeschwindigkeiten das Entscheidende, sondern die großen Druckunterschiede. Ein Tornado hat im Inneren sehr geringe Drücke. Das Haus explodiert sozusagen. Weil der Druck im Haus ist vorhanden und plötzlich kommt ein Bereich sehr geringer Druck ist, dann fliegen die Wände einfach aufgrund dieser Druckunterschiede auseinander. Das ist hier passiert. Ja, das waren die normalen Windkräfte, die der Wind auf ein Bauwerk absetzt. Nun gibt es aber auch eine Reihe von Schadensfällen, die dadurch entstehen, dass der Wind Bauwerke zu Schwingungen anregt. Fast. Ich werde es mir vorhin nochmal angucken, das sollte die Berliner Luft sein. Was sonst? Ja, wieso pfeife ich hier plötzlich? Ich wollte hier mit dem Pfeifen einfach deutlich machen, dass die Luft Schubspannungen übertragen kann. Was heißt das? Wenn die Luft sich bewegt, dann kann sie die Luftschicht drunter mitnehmen. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie ganz leicht das Japan-Papier auf den Tisch legen und oben über das Papier blasen, dann wird das Papier transportiert mit der Blasrichtung der Luft, was Sie dort drüber pusten, weil einfach die Luft praktisch das Papier über Schubkräfte mitnimmt. Genau dasselbe passiert nebenbei gesagt beim Pfeifen, deswegen habe ich das eben gemacht. Wieso entsteht eigentlich beim Pfeifen ein Ton? So, das ist hier mal symbolisch dargestellt. Das sollen die Lippen sein, symbolisch. Wir produzieren einen sehr schmalen Schlitz vorne in den Lippen, blasen dort sozusagen ein schmales Luftband heraus. Dieses schmale Luftband reibt sich mit der stehenden Luft drumherum. Es schiebt sich sozusagen durch die stehende Luft herum und da die Luft Schubspannung übertragen kann, bilden sich dort Wirbel. Es schiebt sich ja dieses Luftband, was ich zwischen meinen Lippen ausstoße, schiebt sich lang und es rollen sich hier Wirbel auf. Diese Wirbel habe ich hier mal dargestellt und diese Wirbel ondulieren sozusagen dieses schmale Luftband und dadurch entsteht diese Schwingung, die zu dem Ton führt. Also, genau durch diese Schubspannung lösen sich auch hier Wirbel ab. Wenn der Wind auf einen solchen Kreiszylinder zum Beispiel einwirkt, dann wird ein Windfaden, der hier unmittelbar diese Seite trifft, hier durch die Rauigkeit der Oberfläche dieses Kreiszylinders abgebremst. Das sind also Farbpartikelchen und Ähnliches. Der Luftstrahl wird dort abgebremst, ähnlich wie auch der natürliche Wind in der Nähe der rauen Erdoberfläche abgebremst wird. Nur ist das hier in einem viel kleineren Maßstab. Er wird hier abgebremst. Der unmittelbar benachbarte Luftfaden schiebt aber weiter. Der andere bremst, der andere schiebt weiter. Auch dort rollt sich ein solcher Wirbel auf, wie ich es hier dargestellt habe. Diese Wirbelablösung funktioniert nun periodisch in gleichmäßigen Abständen. Die Ablösefrequenz dieser Wirbel ergibt sich aus S gleich U durch D. Das hat Herr Struhal, ein tschechischer Physiker, mal festgestellt, an dem er einfach einen einfachen Versuch gemacht hat. Er hat also einfach einen Kreiszylinder geschleudert. Und dann hat er irgendwann einen Ton gehört, weil nämlich die Ablösefrequenz im Tonfrequenzbereich war. Und dann hat er vielleicht gesagt, aha, das ist jetzt ein A, hat 440 Hertz. Und das, jetzt drehe ich ein bisschen schneller. Dann kommt er auf ein, naja, auf ein C vielleicht. Oder hat die Frequenz zumindest gemessen, wie immer er das gemacht hat. Er hat die Frequenz gemessen, hat festgestellt, dass die Frequenz proportional ist. Einmal zur Windgeschwindigkeit, mit der dieses Kreisprofil getroffen wird. Also mit der Geschwindigkeit, mit der er dieses Ding schleudert. Und zum anderen vom Durchmesser. Je größer die Windgeschwindigkeit, desto höher die Ablösefrequenz. Je größer der Durchmesser, desto kleiner die Ablösefrequenz. Und mit einem Proportionalitätsfaktor von 0,2 hat er dann aus dieser Proportion eine Gleichung gemacht. Man nennt diese Zahl S, 0,2, deshalb auch die sogenannte Struhall-Zahl, weil Herr Struhall das als erster erkannt hat. Ja, das funktioniert aber nicht nur bei solchen kreisrunden Querschnitten, sondern auch bei kantigen. Auch bei kantigen können sich solche Wirbel ablösen. Wir sehen hier diese Wirbel, hier wird also im Windkantar zusätzlich Rauch eingeblasen, sodass man die Stromlinie sehr schön verfolgen kann. Sie sehen, wie sich solche Wirbel aufrollen, die sich auch in gleichmäßigen Abständen bilden. Die führen dazu, dass in dem Falle das Profil, das unten federnd gelagert ist, sich in Querrichtung verschiebt. Es beginnt zu schwingen. Diese Wirbelablösung nutzt man zum Beispiel aus in der Eolshafe. Dort werden feine Seiten gespannt, die vom Wind angerichtet werden. Es gibt dann auch kleine Schwingungen. Es gibt dann so etwas esoterische Töne. Sondern sie können auch, insbesondere wenn sie in der richtigen Frequenz wirken, sehr starke Wirkung haben. Das heißt, wenn die Wirbelablösung im Takte der Eigenfrequenz des Bauwerkes wirkt, dann erregen wir in Resonanz. Und dann können schon kleine Kräfte große Wirkungen zeugen. Das kennen wir alle bestens. Hier von der Schaukel. Wenn wir genau im Rhythmus der Schaukel hinten anregen, kann man mit relativ wenig Kraft eine sehr schöne, große Schwingung hervorrufen. Wenn wir mit einer falschen Frequenz anregen, dann funktioniert das nicht so richtig. Da wird der Kleine kräftig gebeutelt hier, aber es gibt keine richtige Schwingung mehr wie vorher. Das ist also eine Anregung nicht im Takte der Schwingung. Wenn wir im Takte der Schwingung zum richtigen Zeitpunkt jeweils anregen, dann können wir einfach sehr große Effekte damit erzielen. Bei welchen Windgeschwindigkeiten treten denn solche Resonanzfälle auf? Wir haben eben gesagt, die Frequenz der Wirbelablösung ist 0,2 mal U durch D. Das ist die Frequenz der Wirbelablösung. Wenn diese Frequenz der Wirbelablösung gleich der Eigenfrequenz des schwingenden Bauteils, des schwingenden Bauwerkes, dann haben wir genau Resonanz. Das kann ich jetzt nach U auflösen. U ist gleich Fe mal D. Es kommt nach oben und 0,2 nach unten. 1 durch 0,2 ist 5. Eine einfach merkbare Formel. 5 mal F mal D. Was heißt das jetzt konkret? Wenn wir so an dieser normalen Stahlkamine, die überall in der Gegend herumstehen, 20 Meter hoch, die haben also etwa alle eine Frequenz von einem Hertz. Schwingen also etwa einer Sekunde, machen sie eine vollständige Schwingung. Also so etwas. F gleich 1 Hertz, eine Schwingung pro Sekunde. Die haben auch einen Durchmesser rund von einem Meter, da lässt sich es leicht rechnen. 5 mal F mal D, dann haben wir also 5 mal 1 mal 1, haben wir eine kritische Windgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Das ist ganz wenig. Da bewegen sich die Blätter gerade ein bisschen, vielleicht die ganz dünnen Zweige, bewegen sich leicht. Es ist überhaupt kein starker Sturm, es ist ein ganz leichter, ein sehr geringer Sturm. In Braunschweig gibt es das Luftfahrtbundesamt. Das kennen Sie alle, weil es immer dann aktiv wird, wenn es irgendeinen Flugunfall gegeben hat. Dann müssen die dorthin die Ursachen herausfinden. Direkt vor dem Luftfahrtbundesamt stehen große Stäbe, 20 Zentimeter Durchmesser, so Stahlrohre sind das, die wie große Mikado-Stäbchen dort vor dem Luftfahrtbundesamt stehen. Die haben also einen Durchmesser von 20 Zentimeter, 0,2 Meter, haben auch eine Frequenz von ungefähr einem Hertz, 0,2 mal 1 mal 5 ist 1. Die haben eine kritische Windgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde. Es ist wirklich frappierend zu sehen, man spürt einen Meter pro Sekunde, spüren Sie kaum, ein ganz geringer Wind. Da bewegen sich gerade die Blätter, dann schwingen diese Dinger wie verrückt, also mit großen Amplituden. Übrigens ungewollt. Ja, 5 mal f mal d sind relativ kleine Windgeschwindigkeiten. Also ich brauche dazu nicht so große Windgeschwindigkeiten, wie wir sie vorhin hatten, bei den großen Schadensfällen. Das sind kleinere. Aber sie können sich dramatisch auswirken, wie ich hier an diesem schwingenden Kamin Ihnen einmal deutlich machen kann, im Film. Das ist eine Messuhr, mit der Wege gemessen werden können. Geht hier um mehrere Millimeter hin und her. Hier unten sehen Sie den Fußflansch eines großen Kamins. Der hat sich bereits aus dem Fundament herausgerissen. bewegt sich hier vielleicht um 3-4 Millimeter rauf und runter. Das ist der Kamin selbst. Der in Wirklichkeit nicht so still schwingt, wie hier auf dem Bild zu sehen, sondern das ist wie eine große Glocke. Dong, dong. Es gibt riesen Lärm dabei, was dazu führt, dass die Mitarbeiter dieser Fabrik, wo dieser Schornstein stand, das Gelände fluchtartig verlassen haben. Was man ja nachvollziehen kann. Ja, solche wirbelerregten Schwingungen sind also im Prinzip Resonanzprobleme. Die Wirbel wirken in Resonanz mit dem Bauteil. Also wirken mit der gleichen Frequenz wie die Eigenfrequenz des Bauteils, wie bei der Schaukel. Das Bauwerk wird immer genau im richtigen Moment angeschoben. Wenn ein solches Bauwerk schwingt, müssen wir etwas machen, sonst gibt es Ermüdungsbrüche. Denn dieser sehr stark schwingende Bauteil führt zu einer wechselnden Beanspruchung. Und wechselnde Beanspruchungen führen zu Brüchen. Wie Sie wissen, wenn Sie an die Büroklammer einmal biegen, passiert gar nichts, zweimal auch nicht. Aber wenn Sie es zehnmal machen, ist sie durchgebrochen. Und ähnliche Effekte gibt es auch bei solchen Bauwerken, die immer wiederholt beansprucht werden. Da gibt es dort ebenfalls Ermüdungsrissen. Man muss also etwas dagegen tun, sonst passiert so etwas wie hier bei diesem Bauwerk auf dem Hohen Bogen in Bayern, der also auch abgebrochen ist oder geschädigt war durch solche Wirbelerregung. Was kann man machen? Man kann zunächst Dämpfer einbauen, um die Dämpfung zu vergrößern. Wie funktioniert so ein Dämpfer? Das ist hier ein Schornstein. Dieser Schornstein ist oben mit einem Dämpfer. Das ist einfach eine Masse, die ist hier Federn aufgehängt. Das soll ein Dämpfer sein, der Energie vernichtet. Zum Beispiel so ein klassischer Dämpfer, wie Sie es aus dem Auto kennen, ein Stoßdämpfer eben. Diese Masse, die hängt natürlich nicht so frei in der Luft, sondern die müsste unten ja geführt werden, sonst würde sie runterkippen. Die wird in Wirklichkeit, in Realität meistens, wo ist meine Tasche, da habe ich noch ein Beispiel dazu getan. Ich finde es nicht, aber was anderes. Das geht auch. Ein Ladegerät. Man nutzt einfach die Wirkung eines Pendels. Ein Pendel ist eine Masse, die an einer Schnur hängt oder einem Stab. Das pendelt hin und her. Wenn ich die Pendellänge verändere, dann ändert sich auch die Frequenz. Je kürzer die Pendellänge ist, desto höher ist die Frequenz, desto mehr Schwingungen werden also pro Sekunde gemacht. Jedes Pendel hat eine zugehörige Eigenfrequenz und dieses Pendel wird jetzt so eingestellt von der Länge, dass es etwa die gleiche Eigenfrequenz hat wie das Bauwerk selbst. Und wenn dieses Pendel jetzt mit dem Bauwerk schwingt, dann schwingt es nicht, ich sage mal, in Phase, ich bin jetzt das Bauwerk, das Pendel schwingt nicht in Phase, wenn das Bauwerk nach links geht und geht auch das Pendel nach links, sondern ein solches Pendel schwingt immer in Gegenphase. Wenn ich nach links gehe, geht das Pendel nach rechts und so weiter. Es schwingt gegeneinander. Es wird also ein Relativweg gemacht. Ich muss mal ein bisschen konzentrieren. Es entsteht ein Relativweg zwischen dem Pendel und zwischen mir in dem Fall. Und dieser Relativweg, der wird dazu ausgenutzt, da wird dann zum Beispiel ein Kraftfahrzeugstoßdämpfer dazwischen geschaltet, der bewegt sich und vernichtet dadurch die Energie. Das ist ein sehr einfaches Prinzip, das gut funktioniert, und mit einem solchen Dämpfer kann man solche Schwingungen, wie wir Sie gerade im Film gesehen haben, auch ganz problemlos und einfach bekämpfen. Ich muss also immer Energie vernichten, um zu dämpfen. Und dazu gibt es eben verschiedene Prinzipien, wie zum Beispiel hier, da lässt man einfach Wasser schwappen, das sind Lochbleche. Das Wasser muss hier durch die Lochbleche durchquälen, auch dabei wird Energie vernichtet. Das ist hier ein Dämpfer, das sind auch Pendel, leider ist das hier nicht erkennbar, da ich hier die beiden Aufhängeseile habe ich weiß gemacht, geschickterweise. Obwohl man weiß auf weiß ist nicht gut, sieht man schlecht, so ähnlich wie die italienische Kriegsflagge, weißer Adler auf weißem Grund. Das ist auch ein Pendel, was hin und her pendelt, hier mit einer Drahtschlaufe, und dort wird dieses Drahtseil gebogen, und da wird auch sehr viel Energie vernichtet. Das ist hier ein sehr einfaches Pendel, auch hier ein Stab herunter, hier unten geht ein weiterer Stab, der rührt in einem Granulat oder im Sand herum. Das Rühren im Sand vernichtet ebenfalls Energie. Ja, schade, ist mir leider zu spät aufgefallen. Aber auch das ist wieder eine Pendelaufgehängte Masse, die hier unten kleine Stahlscheiben mitnimmt, hier ist ein Stab, und diese Stahlscheiben gleiten hier in so einer Art Mulde hin und her, und über die Reibung, die die Stahlscheiben auf der Mulde produzieren, wird ebenfalls Energie vernichtet. Das ist das klassische Prinzip, auch hier stellen Sie sich wieder vor, dass das Pendel hier oben aufgehängt ist. Hier unten sind diese Kraftfahrzeugstoßdämpfer, dazwischen, über die wir schon gesprochen haben. Oder hier rechts, ganz einfach, ein Visco-Dämpfer, wie auch von einer Firma in Berlin planmäßig hergestellt wird. Das ist im Grunde so etwas wie ein Löffel im Honigtopf. Ja, der Löffel wird im Honigtopf hin und her geschoben und dadurch wird die Energie vernichtet. Ja, es gibt noch ein sehr viel, ja, diese Dämpfer selbst sind sehr klein. Hier oben sehen Sie das immer, hier ist ein solcher Schornstein, von dem ich gerade sprach, 20 Meter hoch, ein Meter Durchmesser. Da oben hängt so ein kleiner Honigtopf dann, ein kleiner Wassereimer von der Größe. In diesem Wassereimer ist diese ganze Mimik, die wir hier links im Bild symbolisch stehen, aufgebracht, hier nochmal vergrößert. Das reicht also aus, um einen solchen großen Kamin gegen solche Schwingungen zu schützen. Eine andere Möglichkeit sind Flüssigkeitsdämpfer, wie sie hier dargestellt sind. Also einfach Flüssigkeit in einem Becken und ich muss die Höhe und die Größe, die Länge der freien Oberfläche und die Höhe des Wassers, wenn die richtig eingestellt ist, dann macht das Wasser eine Schwappfrequenz, die ich auch genauso einstellen kann, dass sie der Schwappfrequenz des Bauwerkes entspricht. Und dann, wenn ich das tue, dann entsteht eine solche Welle. zunächst mal ganz leicht. Wenn die Bewegung größer wird, dann entsteht eine brechende Welle, die klatscht also gegen die Wand und das Klatschen der Welle gegen die Wand erzeugt immer eine Gegenkraft. Und diese Gegenkraft ist genau die Kraft, die die Schwimmung dann zur Ruhe bringt. Man misst dann hier die Kräfte, die aufgebracht werden und kann dann daraus auf entsprechende Modelle für eine solche Flüssigkeitsdämpfer rutschstehen. Das Ding ist sehr praktisch, sehr einfach, ist im Grunde völlig wartungsfrei. Sie müssen halt nur dafür sorgen, dass das Wasser oder die Flüssigkeit nicht herausläuft und Sie müssen natürlich dafür sorgen, dass es im Winter nicht einfriert. Also normales Wasser wäre nicht gut, Kognak wäre auch nicht gut. Würde zwar nicht einfrieren, aber wahrscheinlich würde es mal in schlechten Zeiten angebohrt werden, dieser Dämpfer. Also da muss man entsprechende Frostschutzmittel mit hineintun, um zu verhindern, dass die im Winter eingefroren sind. Ich kann natürlich auch solche Wirbelablösungen dadurch versuchen zu vermeiden oder die Auswahl, indem ich das planmäßige Ablösen dieser Wirbel dadurch verhindere, dass ich Störelemente anbringe. Das sind hier solche Wendeln, die Sie hier erkennen. Haben Sie bestimmt schon an Industriekaminien gesehen, die dienen genau dazu, dieses regelmäßige Ablösen dieser Wirbel einfach zu verhindern. Ja, das ist ein ähnliches Modell, das sind einfach glatte Störstreifen oder hier ist ein anderes Modell, da hat man einen zweiten Zylinder rüber, der hier gelocht ist. Auch das soll so viel Störung bringen, dass dort die Wirbelablösung beherrscht wird. Ein Prinzip, das sehr alt ist, hier sehen Sie mal ein, ich kann es nicht erkennen, was das für ein Dienstgrad war, ist egal, hier war es aus dem Zweiten Weltkrieg, der hier am Seerohrständer eines U-Bootes steht. Und Sie sehen, auch hier hat man solche Wendeln herumgelegt, um zu verhindern, dass das U-Boot, wenn es durchs Wasser fährt mit dem Seerohr, dass das Seerohr anfängt zu schwingen, wie wir es mit dem Kamin gesehen haben. Das wird eben auch genau durch diese Störelemente verhindert. Also ein Prinzip, was schon relativ alt ist. Funktioniert aber immer noch bestens. Ja, ein weiterer Punkt, der ebenfalls sehr interessant ist, sind Regen-Wind-induzierte Schwingungen. Der Wind bläst, es beginnt zu regnen und es entstehen plötzlich Schwingungen, wie Sie hier im Bild sehen. Eine große Straßenbrücke in Amerika, da möchte man nicht mehr so gern mit dem Auto drüber fahren. Sehr starke Seilschwingung. Regen-Wind-induzierte Schwingungen nennt man das, weil eben der Regen einen ganz wesentlichen Beitrag liefert. Man fragt sich nur, wie kann der Regen denn zu solchen Schwingungen führen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass der Regen, ja, wir hatten einen Schadensfall durch solche Regen-Wind-induzierten Schwingungen hier in Deutschland bei der Elbebrücke Dömitz von Ludwigs, na oben von Dannenberg rüber nach Ludwigslust über die Elbe. Es ist eine große Bogenbrücke gebaut worden. Diese Bogenbrücke hat auch sehr starke Schwingungen in den Hängern gezeigt. Das sind also die Hänger, die also vom Bogen jetzt runtergehen, an denen der Fahrbahnträger festgemacht ist. Diese Hänger haben ja am unteren Ende so eine Art dreiecksförmiges Leitwerk, wie bei einer Rakete, die dazu dient, die Kraft aus dem Hänger in diesen Fahrbahnträger hinein zu transportieren. Und am Ansatzpunkt dieser Dreiecksbleche hat sich dann ein solcher Riss gebildet. Sieht ziemlich dramatisch aus, war es auch. Ja, es ging dann darum, woran liegt das Ganze, was sind die Ursachen dieser windinduzierten Schwingungen. Und das ist ein sehr interessanter Effekt. Der Wind und die Schwerkraft, zunächst an den Hängern läuft das Wasser herunter und das Wasser wird durch die Schwerkraft und durch den Wind zu Rindsalen geformt. Es formt sich an den konzentriert herunterlaufenden Rindsalen, hier mal symbolisch dargestellt. Diese Rindsale stören jetzt die Umströmung des Windes. Wenn keine Rindsale da wäre, nur der runde Stab, dann würde der Wind ja symmetrisch hier herumgehen. Und unabhängig von der Windrichtung hätten wir immer gleiche Umströmung. Wenn die Umströmung hier und hier gleich ist, sind also auch die Soghräfte, die hier entstehen, in beiden Richtungen gleich groß, die heben sich auf. Aber wenn hier solche Störelemente, wie zum Beispiel Rindsale, drauf sind, dann wird die Umströmung gestört. Dann haben wir also eine andere Umströmung auf der Ober- als auf der Unterseite. Es gibt also resultierende Kräfte, die das Ganze in Schwingung versetzen. Und die Schwingung, mit denen jetzt dieses Seil oder dieser Hänger hin und her schwingt, führt dazu, dass natürlich auch dieser auf dem Schwinger laufende Rindsale verschoben wird. Wenn ich etwas bewege, dann schwappt das Rindsale natürlich auch dort hin und her. Und dadurch entsteht eine Art Selbststeuerungseffekt, das Rindsale wird so bewegt, dass das Tragsystem optimal angeregt wird. Wir haben das hier mit einem ganz einfachen Modell zunächst behandelt. Hier sehen Sie also wieder den Quirschnitt des Seiles. Das ist hier die Lagerung. Das Seil ist gefedert und auch gedämpft. Einfach Symbol dafür, alles nicht linear. Und das ist hier das einfache Modell für das Rindsaal. Einfach eine Art Pendel, das hier am Schwerpunkt festgemacht ist. Das jetzt, wenn wir das bewegen, auch hin und her pendelt. Also durch die Schwerkraft, durch die Trägheitskräfte gesteuert ist und durch die Schwerkraft, wenn sich das Ding nicht bewegt und der ist zu tief unten, dann rollt der Tropfen einfach runter und hängt an der Unterseite, wo er dann abtropft. Aber, wenn gleichzeitig der Wind weht, dann wird dieses Rindsaal gestützt in dieser Position. Sie bleibt dann hier sitzen, die fällt dann eben nicht herunter. Und genau das ist die Situation, die dann zu solchen Umströmungen führen, bei denen so starke Kräfte auftreten, die zu Schwingungen führen, wie wir sie gerade in dem Film gesehen haben. Einen weiteren Aspekt gibt es hier noch. Das Rindsaal hängt natürlich über Adhäsionskräfte, ist verbunden. Es ist ja nicht völlig frei, sondern es gibt Adhäsionskräfte zwischen dem Rindsaal, das hier an der Oberfläche des Seiles, des Kabels herunterläuft. Die muss man kennen, wenn man das Modell genau beschreiben möchte. Auf die ganzen mathematischen Hintergründe will ich hier nicht eingehen, das ist ein bisschen komplizierter. Aber, kurz zur Messung. Wie haben wir diese Adhäsion gemessen? Man ahnt es zumindest. Hier vorne sehen Sie den Zylinder, kann man etwa erkennen. Hier liegt der Zylinder, der ist von oben beregnet. Er wird gedreht durch einen Elektromotor, wobei die Drehgeschwindigkeit unterschiedlich eingestellt werden kann. Und dann wird die Position des Rindsaales in Abhängigkeit der Drehgeschwindigkeit gemessen. Wenn es sich langsam dreht, dann wird das Rindsaal natürlich so ein bisschen mitgenommen. Wenn es sich sehr schnell dreht, wird es mehr mitgenommen. Es rutscht also immer weiter hoch. Und aus den unterschiedlichen Positionen kann man dann auch diese Adhäsionskräfte rückschließen. Hier sehen wir mal zum Beispiel das Rindsaal. Hier deutlich erkennbar in einer verschobenen Situation, wenn es sich so herumdreht, wie der Pfeil es hier oben andeutet. Ja. Hier haben wir also die Winkelgeschwindigkeit dargestellt. Hier ist der Auslenkwinkel dargestellt. Und man sieht das an der etwa linearen Funktion dazwischen. Zunächst, wenn das Ganze steht, dann hängt das Rindsaal und sammelt sich auf der unteren Seite. Es hängt einfach hier in der Mitte dran. Dann wird die Drehgeschwindigkeit langsam gesteigert. Er wandert heraus. Wir sehen, es hat sie aus der Mitte etwas nach hier verschoben. Dann wird sie noch weiter gesteigert, hier auf 140, ne, 180 Grad pro Sekunde. Also eine halbe Umdrehung pro Sekunde. 180 Grad pro Sekunde. Da liegt es hier, hier ist es gerade noch zu erkennen, das ist nur eine Reflexion. Hier sieht man das Rindsaal noch. Und wenn es dann noch schneller wird, dann wird es noch weiter herausgetrieben wie hier. Da liegt das Rindsaal hier außen. Da haben wir hier schon 405 Grad pro Sekunde. 360 Grad wäre eine Umdrehung pro Sekunde. Da kriegt man also diese Beziehung sehr einfach heraus und kann daraus auf die entsprechenden Adhäsionskräfte rückschließen. Dann haben wir noch gleichzeitig die im Windkanal gemessen, die Kräfte, die auf eine solche Lippe einwirken, um diese Stützkräfte des Windes, von denen ich sprach, genauer zu bestimmen. Da will ich nicht weiter darauf eingehen. Das sind im Grunde praktisch Kraftmessungen, die im Windkanal durchgeführt werden. Ja und dann, wenn man mit dem Modell rechnet, dann sieht man dieses ganz interessante Ergebnis. Hier sieht man mal, das ist der schwingende Saal. Wenn Sie mal hier auf diese Tropfen achten, Sie sehen, wie die sich verschieben. Jetzt wandern sie nach oben, jetzt wandern sie wieder runter und das untere Rindsaal verschiebt sich ebenfalls in seiner Lage. Und hier in der Mitte ist mal dargestellt die Kraftrichtung. Sie sehen, dass die Kraftrichtung und die Bewegungsrichtung gleichgerichtet sind. Kraftrichtung und Bewegungsrichtung sind gleichgerichtet. Kraft mal Weg ist Arbeit und Energie ist gespeicherte Arbeit. Also wenn Kraft und Weg immer gleichgerichtet sind, dann wird immer positive Energie in das System hineingesteckt. Dadurch treten dann diese starken Schwingungen auf, die wir im Film von gesehen haben. Und die Richtung dieser Kraft wird durch die jeweilige Umströmung gesteuert, durch die Rindsaal-Stellungen entsprechend gesteuert. Ja. Bei fast allen Schwingungsproblemen, nicht bei allen, hilft eine Dämpfung des Systems. Also möglichst Energie vernichten. Wenn etwas schwingt, versuchen Sie Energie zu vernichten, indem Sie versuchen zu verbinden mit einem benachbarten Teil, indem Sie eine Platte drauflegen, die einfach reibt. Dann hat man da schon sehr viel Gutes getan. Ja, hier sieht man mal auch die einfache Lösung für die regen-wind-induzierten Schwingungen. Es gibt einen instabilen Bereich, wo die Schwingungen auftreten. Sie sehen, man braucht eine gewisse Mindestwindgeschwindigkeit, die liegt hier so bei rund 5, 6, 7, 8 Meter pro Sekunde. Und es geht auch nicht beliebig weit. Die Windgeschwindigkeit, wenn sie sehr groß wird, dann reißt der Effekt ab, was zum Teil damit zusammenhängt, dass natürlich das Rindsaal einfach weggeblasen wird. Dann tritt dieser Effekt nicht mehr auf. Wir dürfen nicht in diesen Bereich hineinkommen. Und das schaffen wir einmal, das heißt, da wir die Windgeschwindigkeit nicht beeinflussen können. Wir können aber die Dämpfung beeinflussen. Die ist hier dargestellt. Sie sehen, man muss also nur eine gewisse Dämpfung zugrunde liegen, hier von 0,7 etwa, dann liegt man außerhalb des instabilen Bereiches. Dann sind diese Schwingungen bekämpft. Also Dämpfung ist fast immer ein Mittel der Wahl, um Schwingungsprobleme zu beherrschen. Nicht immer, wie gesagt. Kommen wir gleich noch drauf. Wir haben die Untersuchung danach weitergetrieben, weil ja solche Brückenseile nicht im Windkanal in einem relativ gleichmäßigen Windstrom sich befinden, sondern die sind im Bögewind. Die Brücken sind ja alle innerhalb der Grenzschicht, in denen die großen Böen hindurchlaufen. Diese Böen führen dazu, dass das eben nur kurzfristig angerechnet wird, weil die Windgeschwindigkeiten nur kurzfristig passen, dann sind sie wieder vorbei. Das untersuchen wir bei einem anderen Vorhaben. Im Windkanal geht das nicht mehr, denn die Böen, die wir im Windkanal generieren können, durch die Generatoren, über die wir gesprochen haben, die haben vielleicht einen Durchmesser von 20 Zentimeter. In Wirklichkeit haben sie aber einen Durchmesser von 100 Meter. Also eine große, kräftige Böe hat einen Durchmesser von 60 Meter, 80, 100 Meter etwa. Im Windkanal können wir es vielleicht bis auf 20 Zentimeter hinbekommen. Da würden wir die Verhältnisse sehr stark verletzen, denn wir können unser Rohr, das wir dort schwingen lassen, hat ja ungefähr einen Durchmesser von 10 Zentimeter, wie so ein Abflussrohr etwa. In dem Fall war es auch ein Abflussrohr. Auf dem haben wir dann das Rinnsal modelliert. Das Rinnsal selbst aber hat ja nur einen Millimeter Höhe. Wenn wir das jetzt noch maßstäblich verkleinern würden, würde es einfach zu ungenau werden. Also nehmen wir das Rohr praktisch im Originalmaßstab. Um jetzt aber auch diese Böeneffekte richtig zu bekommen, können wir es nicht mit dem Windkanal machen, weil sonst die Böen, die dieses Rohr treffen, etwa in der gleichen Größenordnung sind wie das Rohr selbst. Wir sind deshalb in den natürlichen Wind gegangen, haben also einen Versuchsstand gebaut, bei dem diese Rohre im natürlichen Wind stehen. Hier sehen Sie mal, es steht senkrecht, hier steht es schräg, es wird von oben dann beregnet, dass Gott sei Dank nicht alle Tage regnet. Hier vorne sind Federn, es wird also schwingend aufgehängt, sodass auch diese vorhin bereits besprochenen Schwingungen hier entsprechend sich einstellen können. Das Rohr beginnt dann tatsächlich zu schwingen, die Schwingungen werden hier mit drei Kameras aufgenommen, auch wie sich die Rinnsahle dort hin und her verschieben und das versuchen wir gerade zu einem glücklichen Ende zu führen. Weiterer Fall sind sogenannte Galloping-Schwingungen, die auch üble Auswirkungen haben, wie sie hier sind, eine Hochspannungsleitung im Winter. Man nennt diesen Effekt Galloping, weil es aussieht wie das Gallopieren von Pferden, sehr niedrige Frequenz mit großen Amplituden. Da sehen Sie mal, das ist so ein Knotenblech, da sind alle Schrauben gebrochen. Das sehen Sie dort, wenn durch das hinterhaltene weiße Papier, man sieht dann, wie die Schrauben sich gegeneinander verschieben. Da war die ganze Strecke auch völlig kaputt, die musste vollständig neu gebaut werden. Hier ein weiteres Beispiel, das war ein abgespannter Mast, auch der mit leicht vereisten Seilen und es funktioniert alles. Das habe ich vorhin verzweifelt gemacht, die Filme liefen nämlich alle nicht mehr. Das sind also Abspannseile eines Mastes und Sie sehen, wenn Sie dort sind und sehen, die Seile dort so schwingen, wie hier dargestellt, dann fühlt man sich nicht mehr so ganz wohl. Auch das sind solche Galloping-Schwingungen, wie wir sie gerade in dem vorigen Beispiel bei der Hochspannungsleitung auch gesehen haben. Wie entstehen die nun eigentlich? Sie kennen sie im Prinzip alle. Wenn Sie schwimmen, wenn Sie also kraulen und ziehen Ihre Hand sehr kräftig durchs Wasser, dann merken Sie, dass die Hand so eine kleine Sägebewegung macht. Wenn man richtig kräftig zieht, dann schafft man es nicht, dass die Hand gerade durchgeht, sondern die Hand macht so eine kleine Sägebewegung. Das sind genau die Effekte, die auch solche Galloping-Schwingungen angeregt werden. Was passiert dort? Wenn wir uns mal vorstellen, wir haben so einen Quadratquerschnitt wie hier, einen Quadratstab, der wird von links gleichmäßig angeströmt, dann wird, wenn die Strömungsrichtung genau symmetrisch ist, die Hälfte der Strömung oben, und die andere Hälfte unten herum und zwar oben so wie unten, wenn es genau symmetrisch ist. Wenn jetzt diese Strömung nicht mehr genau gerade einfällt, sondern schräg, hier also, wenn es genau symmetrisch ist, dann sind die Sogkräfte, die auftreten, oben und gleich. Es gibt also keine Komponente in Querrichtung. Das Profil bleibt in der Lage stehen, in der es sich befindet. Wenn jetzt der Wind schräg einfällt, wenn er schief einfällt, dann gibt es eine unsymmetrische Umströmung des Profils und diese unsymmetrische Umströmung führt dazu, dass die Kräfte eben nicht mehr gleich groß sind, sondern hier in dem Beispiel zum Beispiel ist die Kraft, die nach unten wirkt, größer als die Kraft, die nach oben wirkt. Wieso fällt der Wind plötzlich schief ein? Nun, das kann damit zusammenhängen, dass der Wind eben durch rotierende Böen, Körper, ja ausgezeichnet ist und wenn ein solcher Körper rotiert, ändert sich natürlich auch die Windrichtung. Es kann aber auch dadurch auftreten, dass dieser Körper bewegt wird. Der Körper wird in Querrichtung bewegt und wenn der Körper in Querrichtung bewegt wird, dann spürt der Körper einmal den Fahrtwind, der von unten kommt und dieser Fahrtwind addiert sich mit dem tatsächlichen Wind zusammen zu einem relativen Wind. Das ist der Wind, den Sie als Radfahrer eben kennen, wenn Sie stehen, spüren Sie nur den relativen Wind genau von der Seite, jetzt beginnen Sie zu fahren und der Wind kommt immer mehr von vorne. Wenn Sie sehr schnell fahren, kommt der Wind fast nur noch von vorne, nur noch leicht schräg. Das ist der Wind, den das Profil sieht oder spürt, der fällt dann schräg ein, wenn das Profil sich in Querrichtung bewegt. Durch irgendeine Störung bewegt sich das Profil, der Wind fällt schräg ein, jetzt entsteht diese unsymmetrische Umströmung, dadurch werden die Kräfte ungleich. Und wenn diese Kräfte so gerichtet sind, dass sie in Richtung der Störung wirken, dann wird diese Störung durch die größere Kraft verstärkt, der Winkel stellt sich noch steiler, die Umströmung wird noch unsymmetrischer und dadurch schaukelt sich dieser Effekt hoch. Also genau das haben Sie übrigens auch, das können Sie heute Abend in der Badewanne ausprobieren mit einem Frühstücksbrettchen. Wenn Sie nach diesem anstrengenden Abend in die Badewanne gehen, nehmen Sie ein Frühstücksbrettchen, nicht Ihr Quietscheentchen mit und gehen Sie mit dem Frühstücksbrettchen einmal längs durchs Wasser, da werden Sie auch feststellen, dass man an einer gewissen Geschwindigkeit anfängt, das Brett an zu schwingen. Sie schaffen es nicht gerade durchzusehen, das geht auch, wenn Sie es quer zum Wasser machen. Und der gleiche Effekt tritt auch auf, wie gesagt beim Kraulen, wenn man mit der Hand sehr schnell durchs Wasser zieht, dann macht die Hand eine solche Sägebewegung. Das ist genau durch diesen Mechanismus hervorgerufen. Ja, die Frage, die ich gerade schon aufgeworfen habe, wenn bei einer solchen Schiefstellung des Windes oder bei einer solchen Störung die Kräfte so entstehen, dass sie die Störung vergrößern, dann treten diese Schwingungen auf und man nennt, das ist nicht bei allen Querschnitten der Fall, zum Beispiel nicht bei einem solchen Kreisquerschnitt. Wenn dieser Kreisquerschnitt von hier angeblasen wird, geht es auch symmetrisch herum. Wir haben die gleichen Kräfte nach oben und unten. Auch wenn sich das bewegt, dann sieht der Windvektor etwas schräg aus, aber auch hier haben wir wieder eine symmetrische Umströmung. Das Kreisprofil ist ja vollständig symmetrisch. Durch die stetige Symmetrie, unabhängig vom Winkel, mit dem es angeblasen wird, haben wir immer die gleichen Kräfte, die sich immer wegheben, sodass bei einem reinen Kreisprofil solche Effekte nicht auftreten können. Das sind also immer nur Profile, bei denen es eben die nicht vollständig symmetrisch sind, wie zum Beispiel bei unserem hier etwas zu dick geratenen Frühstücksbrettchen, also einfach so ein Rechteckquerschnitt. Oder ein solcher Sechseckquerschnitt, viele Laternenmaste, Sie haben einen solchen Querschnitt. Wenn Sie die mal bei gewissen Windgeschwindigkeiten kritisch angucken, werden Sie feststellen, dass die ganz schön kräftig schwingen. Oder eben ein solcher H-Querschnitt, ein liegendes H, es ist kein liegendes H, es ist ein sehr breites H. Oder ein U-Querschnitt, oder ein solcher T-Querschnitt. Aber auch Seile, die vereist sind. Das geht so ein bisschen Richtung Rechteckquerschnitt. Wenn ein Seil im Schneesturm steht, dann wird auf der Seite, aus der der Schnee kommt, fängt an, der Schnee oder das Eis gegen den Schnee zu wachsen. Es gibt eine richtige Eisfahne, die zum Teil sehr groß werden können. Also die können zum Teil Meter groß werden. Die wachsen dann aus dem Seil gegen den Wind und führen dann auch dazu, dass dort solche Schwingungen auftreten können. Also vereiste Seile waren zum Beispiel bei dieser Schwingung, bei der Hochspannungsleitung, die wir eben gesehen haben, Ursache für solche Galloping-Schwingungen. Ja, dieser H-Querschnitt, das ist, der hat vorgelegen bei der Tacoma-Brücke. Sie hieß in Amerika Galloping Gertie, Gallopierende Gertie. Warum ahnen Sie hier? Es war eine Touristenattraktion. Immer dann, wenn der Wind aus der richtigen Richtung wehte, kamen die Leute her, um darüber zu fahren und sich ein bisschen zu grauseln wahrscheinlich, bis der Wind da mit der richtigen Geschwindigkeit und der richtigen Stärke wehte und die Brücke solche Schwingungen macht. Also ich habe den Film, glaube ich, schon hunderte von Malen gesehen und bin jedes Mal von neuem frappiert, wenn ich das sehe. Dreht sich hier fast um 45 Grad, nicht ganz, macht riesige Bewegungen. Das hat sie weit über zwei Stunden so gemacht, bis sie dann eingestürzt ist. Einen Toten hat es gegeben. Das war ein Hund, der mit seinem Herrchen in diesem Auto gefahren ist. Das Herrchen ist ausgestiegen und hat sich an Land gerettet. Sie sehen, er läuft hier geschickterweise auf dem Mittelstreifen, eliminiert damit diese Torsionsverdreheffekte. Also Grundkenntnisse der Mechanik sind manchmal lebensrettend. Aber der Hund ist nicht seinem Herrchen gefolgt, sondern ist vor lauter Panik ins Auto zurückgesprungen und ist dann mit der Brücke abgestürzt. Hier im Bild zu sehen. Solche Flatter-Effekte kennen Sie auch sonst aus Ihrem täglichen Leben. Diese rot-weißen Flatterbänder funktionieren genau nach dem selben Prinzip. Solche Flatter-Schwingungen haben steht zwei Freiheitsgrade. Anders als dieses Galloping, dieses Seil, wo es ja praktisch nur ein Seil war, das sich in einer Richtung verschob, treten beim Flattern zwei Dinge aus. Einmal eine Biegung, dass die Brücke, wie in dem Fall, biegt sich einmal, aber sie verdreht sich auch gleichzeitig, wie wir gesehen haben. Das waren diese 45 Grad Schrägstellungen. Wir haben also eine Biegung drin, eine Verschiebung aus der Achse und gleichzeitig eine solche Verdrehung. Und wenn ein solches Profil sich verdreht und verschiebt, dann, hier ist es mal zu sehen, dann wird zunächst in dieser Richtung, wenn es sich jetzt so verdreht, dann steht eine Auftriebskraft, die eben durch diesen Doppelfall dargestellt ist. Diese Auftriebskraft ist gleichgerichtet mit der Bewegung, also es wird positive Arbeit reingesteckt. Hier ist die Auftriebskraft immer noch nach oben gerichtet, der Weg aber entgegen. Das heißt, auf diesem zweiten Ast der Kurve wird negative Arbeit geleistet, die genauso groß ist wie die positive. Hier unten ist es genauso. Hier ist positive Arbeit, das Profil geht nach unten, auch die Kräfte wirken nach unten, also hier wird positive Arbeit geleistet, ab hier wird negative. Die Bilanz über eine Schwingung ist so, dass überhaupt keine Energie, dass also die Gesamtarbeit, die geleistet wird, null ist. Ich stecke hier zwar positive Arbeit rein, hier aber wieder negative und hier ist es genau das Gleiche. Da wird also keine Energie reingesteckt. Aber wenn die Phasenlage ein bisschen anders ist, dass das Profil schräg steht, das hängt eben vom Schwingen oder von dem System ab. Dann habe ich hier positive Arbeit, ich habe hier positive Arbeit. Hier dreht es sich um, hier ist nach unten gerichtet und der Weg auch nach unten. Ich habe also hier komplett positive Arbeit und auch in dem unteren Ast ebenso. Ich habe also auch hier positive Arbeit, sodass hier insgesamt positive Arbeit geleistet wird. Das heißt, es wird ständig Energie aus dem Luftstrom entnommen und diese Energie wird in Schwingungen umgesetzt. Dann entstehen diese starken Flutter-Effekte, wie wir sie bei der Tacoma-Brücke gesehen haben. Hier sieht man mal eine rechnerische Simulation. Auch hier die Kraft, die entsteht und die Bewegung, man sieht positiv. Jetzt entgegengesetzt, Kraft nach oben gerichtet. Jetzt ist wieder positive Arbeit. Diese grünen Pfeile sind einfach dazu da, die Kraft verschiebt sich ein wenig. Die Auftriebskraft wirkt nämlich nicht immer genau im Zentrum, die wandert auch hin und her. Und dieses exzentrische Angreifen führt dazu, dass sich das Ganze verdreht, was hier durch diese beiden Kräfte der Ingenieur spricht da von einem Moment dargestellt wird. Man sieht also auch hier, wie hier positive und negative Arbeit geleistet wird. Tja, was kann man nun tun, um solche Flatter-Schwingungen in den Griff zu kriegen? Das sind ja sehr dramatische Dinge. Also hier habe ich nochmal ein Bild oder einen Film, der eine Berechnung der Umströmung darstellt. Zunächst ist das Profil nicht gestört. Und wenn es nicht gestört wird, wird es annähernd symmetrisch umströmt. Sie sehen, das sieht zumindest halbwegs symmetrisch aus, nicht so ganz. Jetzt ist es gestört worden. Es beginnt zu schwingen. Und jetzt gibt es eben, das sind die Stromfäden, die hier alle gerechnet werden. Die Farbe geben die Geschwindigkeit an. Rot ist eine sehr hohe Geschwindigkeit. Hier sieht man jetzt auch diese sehr starken Schwingungen, wie wir sie gerade in dem Film gesehen haben. Aber halt immer dann, wenn eine Störung aufgebracht wird. Insofern ist dieser Effekt schon ähnlich wie bei den Galloping-Schwingungen. Hier sieht man mal eine solche Schwingung der Brücke, wie wir es ja auch im Film gesehen haben, gerechnet. Und ich sage gerade, was kann man tun, um so etwas zu unterbinden? Hier ist zunächst einmal ein solcher Querschnitt, der auch instabil ist. Man sieht, wie er sich verschiebt, wie er sich also biegt. Wenn er sich verschiebt, heißt es, er biegt sich. Und wenn er sich verdreht, dann wird er tordiert. Man sieht, das ist so die Bewegung, die dieser Querschnitt macht. Ziemlich dramatisch. Was kann man tun, um das zu verhindern? Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, entsprechende Kontrollklappen anzubringen. Das sind ja einfach Klappen, die so gesteuert werden, dass sie im Grunde eine Gegenwirkung haben zu den Kräften, die durch den Querschnitt entstehen. Und Sie sehen, bereits nach einer einzigen Schwingung ist die Bewegung dort heraus. Die Klappen werden so geregelt durch einen geeigneten Regelmechanismus, der natürlich rechnerisch verfolgt. Man misst die Verschiebung, die Beschleunigung und ein Programm steuert dann die Klappen so, dass dieser Querschnitt dann dadurch sehr schnell zur Ruhe gebracht wird. Das sind so Lösungen, wie sie auch bei großen Hängebrücken gemacht werden. Also jetzt zum Beispiel bei der Messina-Brücke, dass sich auch bei der Brücke über den großen Belt hat man solche Effekte erfasst und hat sie auch beim Entwurf mitbruchstätigt. Ja, hier nochmal ein ganz anderes Beispiel, nicht unbedingt aus dem Bauwesen. Hier sehen Sie mal, was Flattern aber auch manchmal bedeuten kann. Dann hier bei einem Segelflugzeug. 135, 135 ist Schluss. Man muss auch eine gewisse Mindestgeschwindigkeit haben, um das zum Schwingen zu bringen. Sie sehen, hier ist die Schwingung antimetrisch geht so ein bisschen so vor, was ist symmetrisch. Ab 130, ab 130, wenn er unter 130, 145, sieht schon schlimm aus. 130 ist Schluss. Das ist die sogenannte Einsatzgeschwindigkeit, bei der das erst auftritt. Ich brauche also eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, um solches Flattern hervorzubringen. Das gilt für das Flugzeug in gleicher Weise wie für eine Brücke. Ja, hier war es im 130. Der Film heißt also im Original How to break the glider's wings. Wie zerbreche ich die Flügel eines Segelflugzeuges? Ich muss schon sagen, das ist beeindruckend, der Film. Sollte mal langsam zum Ende kommen, habe ich das düste Gefühl. Ja, dann noch ganz schnell, jetzt kommt auch nicht mehr viel, jetzt kommen wir zum Segen. Ich sagte ja, Fluch und Segen, ganz kurz zum Segen. Nutzung der Windenergie, meine Damen und Herren. Der Wind enthält große Energie, haben wir bereits gesehen, was für ein Zerstörungspotenzial er hat, die aber auch natürlich genutzt werden kann. Die Windmühlen der Vergangenheit, kennen Sie alle, sind Beispiele dafür. Hier zum Beispiel in Holland, dort dient sie ja zum Abpumpen. Holland liegt ja deutlich unter dem Meeresspiegel, und das Wasser, was dort anfällt, muss abgepumpt werden ins Meer. Dazu diese Windmühlen. Aber auch umgekehrt zum Bewässerungsmühlen in Afghanistan, in ariden Gebieten, sehen Sie rechts im Bild in Griechenland, überall finden Sie ja diese Mühlen. Aber wir nutzen sie heute ja zur Wind, zur Energienutzung, zur Stromerzeugung. Wie zum Beispiel dieses Bild, muss man das schön finden, Fragezeichen? Ganz sicher nicht. Irgendwo an der Nordseeküste, sieht ja furchtbar aus. Oder das hier, grauselig. Was kann man tun? Nun, das ist der Weg aufs offene Meer. Hier zum Beispiel ein solcher Offshore-Park. 80 Anlagen, die hier stehen, sind so weit entfernt. Wir sind auch gerade beteiligt an mehreren Parks, die 100 Kilometer nördlich von Borkum liegen. Die sehen Sie, durch die Erdkrümmung sehen Sie die gar nicht mehr. Die verschwinden bereits hinter der Erdkrümmung. Sie haben da draußen auch sehr schön konstanten Wind. Das funktioniert also alles sehr gut. Der Energieausbeut ist groß. Die Flügel, die dort eingesetzt werden, sind riesig. Die sind zum Beispiel größer als die Flügel, als die Tragflächen eines Großflugzeuges. Das Problem ist natürlich, die zu gründen. Vor der deutschen Nordseeküste sind die Wassertiefe im Regelfall alle, also dort, wo die Anlagen stehen, 40 Meter und mehr. 40 Meter Wassertiefe. Da muss ich erstmal durch, um sie ungründen zu können. Wie kann man das machen? Es gibt also einfach die einfache Lösung. Ich ramme einfach ein Rohr, so Durchmesser 5 Meter etwa in den Grund hinein. Es wird hineingerammt. Dann wird oben der Turm draufgesteckt. Da ist Möglichkeit 1. Hier ist ein Schwergewichtsfundament. Es wird ein schweres Betonfundament unten betoniert. Und dann wird das in den Beton verankert. Andere Möglichkeit ist, also hier unten spreize ich das Ganze auf, der sogenannte Tree Pot. Hier sind drei Rohre. Da werden auch Rohre durchgeschlagen, die dann ihrerseits das Ganze im Baugrund verankern. Hier ist eine Jacket-Konstruktion. Das ist eine Art Fachwerk-Konstruktion unter Wasser. Die Fachwerk-Konstruktion hat den Vorteil, dass sie bei Wellenbelastung eben nur relativ wenig Wellenenergie aufhängt, weil der Querschnitt insgesamt klein bleibt. Das ist hier eine Gründung mit einem Casson. Also man setzt einen großen Kasten dort hinein, pumpt die Luft ab und dann buddelt man unter den Rändern des Kastens die Erde weg, sodass der Kasten immer tiefer sackt. Eine Casson-Gründung, relativ aufwendig. Viele große Bauwerke wurden so gegründet. Oder hier welche mit einzelnen Stäben. Das ist das Hauptproblem. Vor allem das Ganze nicht so wie hier in ruhiger Umgebung, sondern draußen bläst Windstärke 4 und 5. Die Wellen schlagen, da wird es schon schwieriger. Hier zum Beispiel eine andere Lösung, an der wir auch beteiligt sind. Das ist das Tree-Pile von Bart. Tree-Pile 3, Pfähle, die gerammt werden. Oben wird ein sogenanntes Stützkreuz drüber gesetzt. Der Vorteil hier ist der, dass ich alles oberhalb der Wasserlinie machen kann. Bei dem Tree-Pot, den Sie vorher sahen, mit den drei Beinen am Grund, wo man dann praktisch die Pfähle durch die Rohren durchschlagen muss, dann müssen Sie ja unter Wasser nachher mit Tauchern die Verbindung herstellen. Das geht ja alles oberhalb der Wasserlinie. Das ist insofern sehr viel praktischer. Ja, wir sind bei den Vorteilen Stadtdurchlüftung auch ein wesentlicher Nutzen des Windes, denn in der Stadt ist es immer wärmer als im Umland, wie Sie aus eigener Erfahrung bestens wissen. Dadurch entsteht eine Thermik, eine aufsteigende Luft. Die aufsteigende Luft saugt die Luft aus dem Umland an und um das auch vernünftig zu machen, muss man das gut planen, muss also richtige Luftzufuhrschneisen schaffen, damit die Luft gut nachströmen kann. Das ist ja in ähnlicher Form auch gemacht worden bei der Bombardierung Dresdens, nicht um die Stadt zu entlüften, sondern um den Flammen ausreichend nachzuhalten. Man hat ja zunächst richtige Schneisen gebombt in die Stadt hinein, sodass die Luft durch diese Schneisen gut nachströmen konnte und damit den Brand in der Stadt selbst anfahren konnte. Also solche Schneisen sind ganz wichtig, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Der Reibungswiderstand muss eben klein gehalten werden, das heißt diese Schneisen müssen eben Schneisen sein, sollten nicht zugebaut werden und ähnliches. Das sind alles Dinge, die man auch mit dem Windkanal gut untersuchen kann. Und letzter Nutzen des Windes, der mir noch eingefallen ist, ist die Pflanzenbestäubung. Hier ist die schöne Lesebuchgeschichte Schulze-Hoppe. Der Dorf Schulze-Hoppe beklagt sich bei Gott über das Wetter. Gott überlässt ihm das Wetter machen für ein Jahr. Hoppe verteilt Regen und Sonne gleichmäßig über die Weizenfelder seines Dorfes. Sie wuchsen herrlich heran, wurden mannshoch. Er hatte aber den Wind vergessen. Die Ähren wurden nicht bestäubt. Sie blieben taub. Es gab eine Missernte. Hoppe war froh, das Wetter machen wieder an Gott zurückgeben zu können. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich auch am Ende. Ich hoffe, ich habe nicht dramatisch, doch ich habe glaube ich schon dramatisch überzogen, eine halbe Stunde. Ich habe es befürchtet. Ja, damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben sollten, scheuen Sie nicht dieselben zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank.